Gegen diesen Mann funktioniert Kampfsport einfach nicht. Das ist das, was ich jetzt immer wieder in den Instagram-Nachrichten und Kommentaren gelesen habe. Und zwar ist es Axel Wagner. Er lehrt ein gewisses Konzept, Selbstverteidigungskonzept, das nennt sich UCC, Ultimate Closed Combat und das in Hamburg. Wie der Zufall es will, Flying Uwe war nämlich bei ihm und hat das mal Ganze angetestet in einem Sparring. Und der Titel ist schon vielversprechend, weil der sagt, mein Kampfsport funktioniert nicht und ich wurde zerstört. Ich bin auf jeden Fall interessiert, wir werden uns jetzt gemeinsam mal anschauen und analysieren, was dort passiert ist. Was aber auf jeden Fall funktioniert und das kann ich euch garantieren, ist mein Rabattcode bei dem besten Kampfsportshop der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikel findet ihr immer bei kundpon.de und mit meinem Rabattcode Ring10 sportet ihr da immer noch satte 10%. Jetzt machen wir den praktischen Part, das heißt Sparrenländer. Genau, so nochmal, alles klar. Wie sieht es aus mit Timer, wie viele Minuten machen wir? Auf der Straße kannst du dich auch nicht aussuchen, wie lange du machst. Also wir machen Runden, wenn wir ja mehrere Leute sind, aber wenn ich so mit Leuten einfach so mache, dann machen wir einfach so lange, wie man kann. Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Beim Straßenkampf gibt es natürlich keine Punkterichter, keine Rundenzahl, keine Rundenminuten, keine Pause dazwischen. Da geht es dann halt so lange, bis einer entweder nicht mehr kann oder liegt oder was auch immer. Also macht dementsprechend auf jeden Fall schon mal Sinn. Aber jetzt mal gespannt. Macht ihr jetzt Boxsparring oder ist es jetzt komplett MMA oder... Okay, einen Kick habe ich hier schon gesehen. Ja, sehr unorthodoxe Schläge jetzt, Aktionen auf jeden Fall von dem Axel. Aus der Sicht eines reinen Kampfsportlers jetzt, so was Boxen, MMA und so angeht, ne. Ja, Takedown-Versuch von Uwe, aber... Ja, das muss ich mal sagen. Was interessant ist, die Schläge sind so orthodox, dass du gar nicht siehst, von wo die herkommen. Was sie sind. Muss ich echt mal sagen, woran liegt das? Ich benutze, wie gesagt, die alten Schwertkonzepte. Das ist ein Säbelhieb. Das ist ein Stich mit dem Rapier oder mit dem Dolch. Das sind Sachen, die du halt so nicht drauf hast. Das ist ein Überpowerungshakel. Wäre eine Klingenbindung. Ich habe seinen Arm hier, steche den hier rein. Und ich mache ganz oft halt etwas, in dem ich den Arm wegnehme, gleichzeitig haue. Und ich behalte den Druck, wie du siehst. Können wir das einmal... Okay, aber das gibt es ja in Boxen auch. Viele haben ein falsches Verständnis von Boxen, muss ich ehrlich zugeben. Viele verstehen nicht, was Boxen eigentlich heißt. Boxen, denken viele, bedeutet einfach nur gerade, gerade, Haken, Haken. Das ist Boxen. Das ist nicht Boxen. Das ist vielleicht so Basic, Basic, Basic-Level-Boxen. Aber wirklich weiterführendes Boxen, da ist viel, viel mehr dahinter. Gegner schlägt Jab. Du lenkst den Jab in die Richtung, zum Beispiel, in die du die haben willst. Ja, oder du greifst sogar quasi mit deinem Unterarm in den Schlag hinein und ziehst ihn, dass du ihn zum Beispiel aus dem Gleichgewicht rausbringst. Du ziehst ihn und kommst dann zum Beispiel mit der anderen Hand rein. Oder du parierst und kommst hier direkt mit dem linken Haken rein. Also Boxen ist ein viel weiterführender Sport, als die meisten Leute es denken. Deswegen so, diese Konzepte, die er jetzt hier gerade zeigt, mit dem Parieren und dann reinschlagen und so, das gehört eigentlich auch zum Boxen. Aber das checken die meisten Leute nicht, weil die halt einfach schlechte Trainer haben, muss man leider ehrlich sagen. Ich habe hier dünne Handschuhe, Sandshackhandschuhe. Genau. All das kann man natürlich viel, viel doller machen. Aber dann haben wir beide dicke Backen. Ja, danke für die Zauberer. Ja, also das sind halt Kau-Schläge, wenn die richtig kommen. Guck mal, keine Angst, ich mach mal easy. Aber zeig mal easy die Überpowerung. Wenn du die Army oben machst, das ist das, was hier eigentlich passiert für die Straße. Noch mal, noch mal nochmal. Also so von... Ja, und jeder Schlag davon hat den vollen Druck. Und das ist ja auch das, was ich einmal wieder sage. Das Gleiche, was ich hier mache, mache ich auf der Straße genauso. Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen Sparring und Straße, außer, dass ich hier halt die Kraft rausnehme. Auf der Straße nicht. Da baller ich voll rein. So, dann brauche ich keine Tricks, wie Stich in die Augen oder Tritt in die Eier. Du hast ja ein paar Mal gekickt, hast ja gesehen, was ich da mache. Ich habe den weggenommen und gleichzeitig gehauen. Das ist der Gedanke, dass du mich stichst. Guck mal, trete mich nochmal. Und gleichzeitig haue ich dich. Im Ansatz Stirn quasi. Bring dich. Ja, ich trenne das nicht. Ich mache nicht irgendwie sowas. Warte. Ja, ich verstehe genau. Sondern ich mache das gleichzeitig. Boom. Bam. Boom. Können wir nochmal einmal so in langsamen... Selbstverständlich. Selbstverständlich. Verstehen, weil es ist geil, weil wir sind Kampfsportler, wir machen Sparring. Ja, alles toll hoch runter, ballern rein. Einer kriegt eine blutige Nase und so. Aber hier ist es eine andere Reihenfolge. Hier ist das alles noch viel... Wie kann ich das sagen? Viel realistischer eben halt. Das ist einfach... Auch überraschend. Du hast ja auch gemerkt, als du versuchst hast, mich zu grappeln. Was ist passiert? Ich hätte in Wahrheit die Dinger hier so vom Kopf geknallt. Ja. Dann hat man nur die Hand. So. Auf. Boom. Das. Und das habe ich hier im Nacken. Ein, zwei Mal. Und Hinterkopf. Das ist kein Bock mehr. Ist bei meinem Mail verboten. Auf der Straße ist alles erlaubt. Komm, wollen wir es mal... Also das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ja. Jetzt hier zum Beispiel... Ähm... Beim MMA gibt es ja auch gewisse Regeln. Zum Beispiel, wie du die Ellbogen schlagen darfst. Von hier 12 to 6 oder was auch immer sein sollte. Ja. Dann in den Hinterkopf darf man dann zum Beispiel nicht schlagen. Das sind so alle Sachen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Im Straßenkampf natürlich ist es ein bisschen anders. Ich habe immer nur so eine grundlegende Skepsis diesen ganzen Selbstverteidigungskonzepten gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, da kommen Leute, die haben immer so viel Respekt vor ihrem Meister und die trauen sich dann auch nicht da irgendwie großartig was entgegenzusetzen. Und dann sieht das immer so alles so spielend leicht aus, weil es in einem entspannten Tempo gemacht wird, ohne dass da auch mal wirklich Gegendruck kommt. Aber ich frage mich halt, ob diese Sachen, die der Axel jetzt hier gerade zeigt, auch funktionieren, wenn er auch mal einen körperlich ebenbürtigen Typen hat. Weil körperlich sind die ganz weit auseinander. Axel ist hier deutlich größer und deutlich schwerer als er. Und man muss jetzt auch sagen, so bei allem Respekt, aber Uwe ist kein High-Level-Boxer oder sowas jetzt. Und er hat ein bisschen jetzt Boxen-Basics gelernt, aber er ist ja noch kein High-Level-Boxer, der so dieses Distanzgefühl und die Schläge, die Deckung so alles zu 100% drauf hat. Also ich würde gerne mal sehen, wenn er das jetzt macht, gegen einen auf seinem Niveau, sage ich mal, so vom körperlichen her und auch so von seinem Erfahrungsstand, jetzt zum Beispiel Kickboxer, Boxer, MMA-Fighter, wie da so ein Sparring dann aussehen würde. Aber schauen wir mal weiter, weil wie gesagt, kann sein, dass ich einfach noch zu früh urteile. Okay, nochmal, Karsel. Fertig. So, ich bin jetzt, genau, ja, wie eben. So, ich bin beschlagen. Ja, genau, das ist perfekt, genau. Aber genau, das, guck mal, das nochmal, ja. Guck mal, was ist das denn, Alter? Also nochmal. Ja, aber beim besten Willen, wenn du da gegen einen normalen Boxer dastehst und du kommst so mit einem Körpertreffer so langsam so rein, dann paddelt er hier dir auch irgendwelche Schläge gegen den Kopf und so. Weißt du, das ist ja, das ist ja jetzt nichts wirklich Beeindruckendes, wenn man in 20% Geschwindigkeit Schläge kassiert. Versteht ihr, was ich meine? Ey, ich bin fasziniert, ich schwöre, ich bin fasziniert. Weil er kontert, aber in dem Moment geht er direkt in die Offensive. Ja. Und das lernst du dir halt, also wenn du Boxer bist, lernst du was anderes. Wenn du Kickboxer bist, lernst du was anderes. Genau, guck mal, boxen nochmal bitte. Ja, genau. Das ist Boxen. Ja. So, wir boxen beide. Ja, genau. Fünftieren uns auf, machen uns Adjongle. Ja, ist super. Aber es begrenzt mich. Ich habe nur meine Geraden, meine Haken, meinen Aufwärtshaken. Hier habe ich einen Wurfheb, Zweischlag, Slide Punch, offene Hände, ganz andere Konzepte. Und das Thema mit den dünnen Handschuhen. Warum dünne Handschuhe? Weil ich schätze ja wegen Realismus auch nicht. Ja, du hast ja gemerkt, du hast dich öfter mal so gedeckt. Und du so gedeckt. Und ich haue dir hier so ein Ding voll gegen. Wie so was passiert? Du haust dir die eigenen Hände gegen den Kopf. Das ist dann ziemlich uncool, oder? Und vor allem all die eigenen Hände, die Zähne einschlagen. Und vor allem kommst du auch durch Dinge durch. Mein Boxer und Schütze gefügt. Alles so irgendwie? Boxer und Schütze alles, genau. Und so musst du zusehen, was machst du hier? Ja, und selbst das. Wir haben ja jetzt entspannt gemacht. Aber guck mal, wenn du die Arme hochnimmst, dich überpower dich ja hier mit solchen Dinger, wenn ich das wirklich will. Ja, du bist ja auch kein kleines Kind. Du bist ja auch fast 85 Kilo oder so. Sehr gut. Da fliegst du natürlich in die Ecke. Aber das ist ja, ist jetzt nur so ein, schon rausgewerfe der Schläge. Obwohl die natürlich, wenn man hier wie raus soll, wenn die auch maximal Power haben können. Aber ich nehme natürlich den Druck hier total raus. Weil wie gesagt, sonst funktioniert es uns Sparen nicht. Sonst dauert er 10 Sekunden und einer von uns muss ins Krankenhaus haben. Okay, ich will das nochmal erleben. Lass nochmal so gesundes, wie ebenso, dass ich, ich bin fast. Ja, so langsam irgendwie. Rund 2. Fight! Jetzt kommen wir doch mal zum Stein, das ist nicht einfach. Eigentlich, was mich jetzt gerade interessiert wirklich ist, wie würde es aussehen, wenn ich jetzt das an meinem eigenen Körper erfahren würde. Weil ich würde sagen, so rein boxerisch bin ich ein bisschen voraus, was im Vergleich zu Uwe das Ganze angeht. Und ich würde das persönlich liebend gerne mal selber antesten. Also jetzt, falls der Axel das sieht, Axel, ich würde dich gerne irgendwann mal besuchen. Ich weiß noch nicht jetzt genau wann und wie, weil ihr wisst alle, ich habe jetzt vor kurzem meinen doppelten Bandscheibenvorfall im Rücken gehabt, hier oben im Hals. Und ich kann aktuell auch noch gar kein Sparring machen. Ich fange jetzt demnächst erst langsam wieder an mit dem Training und hoffe, dass das auch funktioniert, dass ich dann auch Sparring machen kann. Wenn ich merke, dass ich wieder fit und gesund bin und auch wirklich mal Action geben kann, dann würde ich den Axel wirklich mal liebend gerne besuchen und das mal selber an meinem eigenen Körper spüren, was da vor sich geht und was da passiert. Also ich denke, ich habe jetzt genug gesehen. Ist ein interessantes Video. Wenn ihr euch das ganze Video anschauen möchtet, ich packe den Link unten in die Videobeschreibung, klickt da drauf, schaut es euch auf jeden Fall an. Sobald meine Bandscheibe alles wieder fit ist, eins der ersten Ziele, die ich anfangen werde, Axel in seinem Gym besuchen in Hamburg und dann testen wir das ganze Ding mal selber an und dann kann ich euch ehrlich meine Meinung dazu sagen. Naja Freunde, das war es schon mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und zu dem Konzept von Axel. Was haltet ihr von ihm? Was haltet ihr von dem, was er dabei bringt? Und glaubt ihr, dass es wirklich gegen einen Full, Full, Full Kampfsportler, der auf einem ähnlichen Erfahrungsstand steht, auch tatsächlich funktioniert? Okay, das war es. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.